so genau oder ist der dienstag ja das ist ja total bescheuert wer kann denn dahin gehen da können dann fünf leute oder so hingehen ich bin noch nicht am dienstag da erst mal ruhe machen hier die machen einen stress leon ganz entspannt machen ganz entspannt er war in dem mittleren ich weiß nicht wo er ist einer ist nach unten jetzt bei dieser dicken glock einer nokt von den an der dicken glocke ja rechte seite aber ich hab mal runter ich hab's überlebt gerade hier oben ok karabiner für mich ja willst du den haben ja ok warte machen jump attack da ist dein karabiner nur wo ist dein freund man weiß es nicht auf jeden fall müssen wir erstmal finishen wir was das ist dein karabiner und dann der schadze und dann der schadze bulli sehe ich nicht am bus ah ok dieses dieser van ja will spielen den chat ich habe ihn gesehen er ist an der mauer davor also nicht mehr jetzt aber er war da Oh! Oh! Ein Sinter oder was? Ja, der war ein Sinter. War glaube ich sein Mate. Also müssten hier theoretisch noch die Leute sein, auf die die geballert haben. Oh oh, warte, kann ich wegdawn? Ich will die M24 haben. Ich will die wegdawn jetzt mit dem 6er. Ich muss mir aber warm schießen jetzt mit dem Karabiner spulen. Das ist essentiell. Hier vorne ist er. Alter, komm mal auf. So. Ja. Kriegst du weiter. Kriegst du weiter. Kriegst du dein Leben. Der Leon ist aber aggressiv heute. Welchen Namen hat mir das nochmal festgestellt? Oh, ist das dein Motor? Nein. Ist hinten irgendwo. Sehr aggressiv. Wecke, weg dort. Mit 6er. Der aggressive, was? Nehmen wir es mit aggressiv. Aggressiv Alex. Ne, 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 ne. Ach, das ist ein... Der harsche Harald. Der harsche Harald, oh. Uni, gönn dir die M24. Ach, ich bin die Kais erstmal. Uni, M24, komm mal. Ich brauche ACP. Oh mein Junge. Hier müssen noch Gegner gleich reinkommen, Leon. Lass mal kurz gucken. Hier so Richtung Westen. Ali aggressiv. Was? Der aggressive Ali? Mhm. Oh. Wo sind die denn? Die haben gerade welche geschossen, ne? Ah, links bei den Häusern. Außen, außen läuft er. Außen läuft er. Außen läuft er. Außen läuft er. Von oben schießt auch einer. Kommt zurück, Leon. Du bist... Du hast keine Deckung da. Ich bin geladet oder was hier. Da mir. Irgendwo in einem Baum hier. Am Stein, glaube ich. Ja, ich sehe ihn. Sorry, ich sehe ihn. Sorry, ich sehe ihn. Oh, besser. Was ist denn? Ne. Da. Ich versuche gerade sechsfach. Ne, der ist am Baum. Das ist ja alles nockt. Das ist andere. Die zieht ganz schön hoch, die Vector auf die Distanz. Ei. Was ist dein, mate? Unten hier, glaube ich, noch. Ich pushe mal hier runter. Endlich ist Mongo McNails down. Das hat er verdient. Riecht der da? Der lag da. Ohne Scheiße. Er lag da. Sechsfach Vector. Lag er da wirklich hier? Ne, der hat auf sich gezielt. Der wollte sich, glaube ich, holen. Also, es ist machbar. Man kann Leute mit sechsfach Vector wegholen. Rechts ist auch noch einer. Oh, 22, 22, 22. Hol ihn dir, Leon. Leu, wie? Er bewegt sich nicht. Was? Hey, Online, Arne, grüß dich beide. Der hat sich keinen Zentimeter bewegt. Die Settings sind aktuell, Mike, ja. Die haben ja alle eine M24 oder was? Ich hab die extra liegen lassen vorhin. Die Drops sind ein bisschen out of control. Warten heißt, durch generell tiefes Wasser gehen. Okay, dann war es ja richtig. Wir sind gewartet. Seht den, vor mir an den Baum. Du hast keine Deckung, Leon, ne? Der hat Deckung. Der naded, der naded, der naded. Ich seh nicht. Ist er weiter rechts oder links? Boah, wie? Die war gut. Rechts und links ist einer. Vorsicht. Die müssen kommen, ne? Müssen wir kurz zielen hier. Die pushen nach rechts, die pushen nach rechts. Vorsicht. Die pushen dich schon. Einer hat einen Hilf. Ich werde abgeschossen von wem anderen. Jo, safe. Geh safe. Ich hoffe mal, ich bin hier safe. Wenn ich wegkomme, komm hier weg. Wenn ich nicht bin ich. Also, irgendwie hat er gar keine Hits registriert. Wie soll ich ihn nicht bluten sehen? Okay, hab sie. Schaffst du das noch? Schaffen wir das noch? Ich ziehe die Zone. Ne, das schaffen wir nicht mehr. Schaffe ich nicht mehr, sorry. Nein, nein, nein. Geh rein, geh rein. Geh rein, alles gut. Schießen auch noch andere auf mich. Der wollte sein Mate noch holen, ne? Ja, 21 Schuss, Leon, ne? Der Dream, der Dream. Mit der Vector. 21 Schuss mit dem 6-Fahrer. Keine Weste mehr. Der Dream. Ich hab noch meine K. Die wär noch dabei. Oh, der ist wie ein Panther auf der Jagd. So, 21 Schuss. The Dream. Der ist irgendwo hier so. Die ist eigentlich auch was für ein Scope ich oben hab, wenn ich jetzt das umschalte? Ja. Okay. Uni, wirklich das Grüne? Ja, ich find das aktuell im Kunsten. Grün auf Grün? Das stört mich nicht so unbedingt. Das ist mehr so ein Weiß-Grün anstatt ein Grün. Grün. Neh dir ihn, neh dir ihn. Nein. Ich hatte ja keine Muni mehr auf Stimmen. Da war ja was. Ich hab doch Nades noch. Oh, jetzt kommt der andere. Jetzt kommt wieder das andere Team. Grün imo-Sniper. Oh Gott. Oh, die Nades hat ihn. Die Nades hat ihn. Shit, shit, shit. Ich hab keinen Scope mehr auf der AK. Oh mein Gott, Leon. Rechts, rechts, rechts auch noch. Oh. Ich... Spoonie, die Zunge. Die waren nicht auf der eigenen Stelle. Der ist hinten am Stein, der andere noch. Oh. Jetzt ist einer. Oh, da war ein Headshot, glaub ich. Shit. Spoonie, der ist Spoonie. Der hat einen Headshot gefressen. Der hielt sich erst mal. Er muss zu dir, glaub ich. Ja, ja. Ich muss Posi wechseln. Ah, jetzt leck ich auch noch. Oh, oh, oh. Molo, Molo. Der weiß, dass ich hier bin. Wieso? Hat er mich schon gesehen? Ja, der hat dich gesehen hat. Ja, er hat dich gesehen. Ja. Das ist keine Nate gewesen, du Atze. Das war der Smoke. Oh, Trude. Das war mal eine interessante Runde, Leon. Das war outplayed. Oh, nee. Das war's Alright. Musik. Das war's. Das war's. Bis zum nächsten Mal.